So, und Damen und Herren, herzlich willkommen zum ersten von zwei Infovideos heute. Und zwar möchte ich mich erstmal bei euch für 200 Abonnenten bedanken. Das habe ich, glaube ich, gestern Vormittag erreicht, finde ich mega krass. Das ging auch mega schnell, ne? Also vor allem so die letzten, ich sag mal so 50, 60 Abonnenten, das war in den letzten zwei Monaten, das ging richtig schnell. Also vielen Dank dafür, fand mich mega. Auch wie die Views gerade eskalieren, mit über 10.000 aktuell pro Monat. Das finde ich hammer viel, ist hammer geil. Also gerne weiter so, ihr seid super. Das war das erste Thema, möchte ich erstmal kurz über etwas absprechen, was, oder etwas ansprechen, was diese Woche sehr aktuell war. Nämlich meine, in Anführungszeichen, YouTube-Abwesenheit. Denn diese Woche gab es auch, das war, glaube ich, Mitte der Woche, ich glaube Dienstag oder Mittwoch, ich weiß es nicht genau. Da gab es auf jeden Fall einmal kein Video. Das müsste Mittwoch gewesen sein. Und zwar lag es einfach daran, dass ich halt diese Woche auf YouTube relativ wenig Lust hatte und viel lieber Lust auf andere Sachen hatte. Zum Beispiel gestern musste ich erstmal meinem Vater noch draußen helfen, danach war ich noch mit ihm Quad fahren und dann war es auf einmal drei Stunden später. Kommt halt vor, ne? Dann bin ich noch gerade an Forza Horizon 3 die Hot Wheels Meisterschaften am Fahren, wo es auch Videos geben wird, das sag ich jetzt schon mal. Das dauert ja auch natürlich ein bisschen, ne? Ich glaube, es sind 27 Meisterschaften und ich fahre die immer drei Rennen. Das dauert ein bisschen, ne? Das habe ich jetzt vor zwei Tagen angefangen, bin ich jetzt schon bei der 16. Meisterschaft. Also ich gebe mir schon Mühe, das will ich auch bis Montag fertig kriegen. Aber naja. Ich hatte halt diese Woche viele andere Sachen im Kopf, außer YouTube. Braucht ja auch mal so eine kleine Pause. Also auch mal ein bisschen kurz, ganz kurz Pause von Forza aufnehmen. Ich spiele Forza sehr gerne, aber aufnehmen ist halt immer noch was anderes. Deswegen hatte ich halt diese Woche lieber Bock auf Project Cars, was mir sehr viel Spaß gemacht hat. Davon wird, glaube ich, auch, ich weiß nicht, ob heute oder irgendwie noch, laufe der nächsten Woche auch noch ein Video geben auf Project Cars. Das zweite, wie ein Rennen gefahren bin, was mega lustig war, fand ich. Mega geil. Aber naja. Es geht nächste Woche eigentlich wieder relativ normal weiter. Ich habe übrigens, wer es noch nicht mitbekommen hat, ich habe den Uploadplan wieder geändert. Und zwar habe ich jetzt die Slots Dienstag und Samstag, wo ehemals Car Battle kam, habe ich wieder auf zufällig gesetzt. Einfach, da kommt halt, wenn was kommt, ne. Es kann auch mal sein, dass mal ein Tag oder so nichts kommt. Das kann öfter passieren. Ich weiß, ob das jetzt passieren wird nächste Woche, weiß ich nicht. Ich denke mal nicht. Ich denke, es wird jeden Tag ein Video kommen. Das kann passieren, dass man ein Video nicht kommt, denn nicht erschrecken. Ich werde wahrscheinlich auf Twitter dann wieder Bescheid sagen. Wenn nicht, werde ich einfach unter dem nächsten Video was in die Kommentare schreiben. Warum das nicht war oder, ne. Ich hoffe, ihr wisst Bescheid. Dann zum eigentlichen Thema heute. Jetzt möchte ich eine Art FAQ machen. Und zwar könnt ihr mir dafür nämlich natürlich auch Fragen stellen. Sollte es natürlich auch. Und zwar Fragen, was ich über meine Person, über YouTube oder über Themen, was ich, auch von mir aus Politik oder irgendwas anderes, über alle Themen. Ich bin eigentlich für alles offen. Ihr könnt mir gerne zu allem möglichen Fragen stellen. Auch gerne mehrere Fragen auf einmal. Da habe ich auch nichts dagegen. Die werde ich dann versuchen, alle, ich meine, werden, denke ich mal, nicht so viele sein, zu beantworten. Ich werde dann noch zusätzlich, das ist halt so eine Mischung, ich sage mal, aus einem FAQ und einem Faktenvideo. Ich werde dir noch ein paar Fakten oder ein paar Dinge über mich erzählen, über mich und meine Person, was ich hier auf YouTube mache und was ich an sich mache. Das interessiert, glaube ich, auch einige Leute. Dass ich einfach mal so ein bisschen mehr von mir erzähle. Also der, der diese benaterten Videos auf YouTube eigentlich macht. Wer dieser Typ eigentlich ist. Und ja. Da habe ich einfach mal Bock drauf. Also gerne Fragen schreiben. Gerne unter dieses Video oder auch unter, an sich unter allen Videos. Ist mir auch egal. Ich lese sowieso alle Kommentare. Oder könnt auch bei Twitter schreiben, bei Facebook, bei der Facebook-Seite. Und auch bei Xbox Live, wenn ihr möchtet. Ich habe es dir über Alfa Benskilling. Logischerweise. Also, Fragen nicht vergessen. Ich werde auch selber noch ein paar Sachen über mich dazu erzählen, weil ich weiß, es werden nicht so viele Fragen kommen. Dass man da genug schönes wieder rausmachen kann. Da werde ich auch noch selber ein paar Sachen über mich erzählen. Das ist halt so ein Mix aus einem Facts About Me Video und einem FAQ. Ja, dann war es das mit dem ersten Infovideo. Für heute gleich kommt noch ein zweites. Mit einem auch sehr wichtigen Thema. Deswegen auch ein zweites Video. Das wollte ich alles erst dann eins machen. Aber zwei sind natürlich doch ein bisschen besser. Weil das Thema bin ich das andere. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Für euch finde ich es sehr, sehr geil. Denn Leute, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.